Haben wir schon einen Anfang? Ich mache heute wieder alles oder was? Okay ihr Lieben, ich habe gehört, es gibt schon die ersten Verletzten. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Dr. Mauli ist quasi auf dem Weg und das was da hinten drin ist, ist kein Müll. Beim Free Rock gibt es keinen Müll. Ich bin wieder fertig. Du bist zu spät. Deine Arbeit ist fertig. Zweifarben sind doppelt. Bleibt jetzt so. Guten Tag, Free Rock meldet sich wieder mal unterwegs. Und Karos, heute Einsatz bei Landwinsichting. Nach erfolgreichem Holzstapeln. Das hat sich schon relativ sinnvoll angefühlt. Man hat ja nicht über den Schaft. Und jetzt wieder Arbeitsstück. Ich kaufe ab, ich habe kein Buch mehr. Ich häng ein bisschen ab. Na wen haben wir hier? Neue Gesicht? Endlich mal umgeschult. Ja? Wir können mal Freestylen. Endlich mal was Sinnvolles im Leben machen, habe ich gedacht. Und deswegen fängt das Kind gerade mit dem Pinsel weg. Was hast du schon gemacht heute? Aus dem hässlichen Entlein schön sparen gemacht. Schön. Heute habe ich gearbeitet und ihr schwitzt. Und wie deckt das? Na gut eigentlich. Geil. Es wird... Es wird weiß... Und wild. Jetzt mit grün. Noch mal Jelle. Ja? Tag 3 bei Free Rock hilft. Wie läuft's? Sehr gut. Na, wer versucht sich denn da zu tarnen? Was machst du denn? Was machst du denn? Das ist ein Flügel. Dann fällt er schon aus. Das sieht doch gut aus. Wenn es fällt, dann ist er weg. Entschuldigen Sie. So Leute, Mitte der Woche. Ich muss jetzt das zweite Mal anfangen. Ich weiß auch nicht warum, aber die Leute sind heute hier irgendwie einfach nur faul. Und hier läuft ja auch nichts. Ich hab die Schnauze voll. So hab ich zwei Stunden geguckt. Trotzdem will ich euch zeigen, was hier heute passiert ist. Ja? Ihr könnt euch vorstellen, warum ich so gelaunt bin. Das ist Bergfest. Ihr habt kein Bier. Also, heute haben wir hier gleich gemacht. Wie sonst. Nur Scheiße. Positiver Aspekt. Carsten war heute mein Partner. Das ist ein Positiv. Hier stimmt der Junge. Meckert nicht. Macht einfach. Nicht so ein Angebertyp halt. Ich zeig euch aber der eigentliche Grund, warum ich so gucke wie gucke. Die da rechts. Die hat in ihrem Flip-Flop so eine ganz kleine Wodkaflasche gehabt. Und den hat die sich jetzt nur in ihre Club-Materin gehauen. Wie so ein kleiner Assi. Bitte gut. Jetzt der eigentliche Grund, warum ich so schlecht gelaunt bin. Guckt euch mal das hier an. Ist nicht schwarz geworden. Ist nicht mehr bunt geworden. Wer hat denn gesagt, dass das Ding so hässlich bunt werden soll eigentlich. Die Hoferbe war eigentlich, aus diesem Schmuckstück hier noch mehr Schmuck zu machen. Sieht geil aus. Guck mal. Rund und so. Da vorne. Das sieht schon so ein bisschen das Schmuckstück aus. Carsten! Na? Ja. Ich hab leider den Workshop verpasst. War Baden. Ey, ist jetzt nicht euer Ernst oder was? Alle anderen arbeiten und ihr planscht hier rum. Sack. Und die Jungs, die nicht hören. Wir kriegen ihn mal auf den Arsch. Wer sich eigentlich beruhigt. Und die hören will, kriegt schon mal eine Dusche. Na keine Ahnung. Das gehört zu negativ. Ja, weil Carsten so positiv war. Ne? Ja. Ich bin der Gegenpol. Ich hab sie nicht gesehen. Und deswegen bin ich eigentlich nur schlicht drauf. Töle ist weg. Ich hab sie seit drei Tagen gesucht. Töle! Da ist er. Ich hab ihn gesehen. Töle! Töle! Töle, wo bist du? Wo bist du? Töle! Wo bist du? Töle!